Cenk beckte mit. Ich habe vorhin schon gefragt, viele unserer deutschen Freunde tun sich immer schwer damit, einem türkischen Namen auszusprechen. Welche Fantasienamen entstehen so bei dir? Fantasienamen weiß ich gar nicht so, aber es gibt so Sachen, die mir noch im Ohr klingen. Wenn ich in der Schule saß und die Klassen eingeteilt wurden, dann hat einer auf den Zettel geschaut, dann hieß es aber immer ZENK und das hat weh getan. Oder YENK, auch nicht so schön, aber naja, solche Sachen begleiten einen. Oder? Ja, ich kenne das ja nicht anders. Ich weiß noch, ein Freund von mir mit dem Familiennamen, Karabacak, das war am schlimmsten, dann hieß der Karabakak. Kack, nicht gut. Überhaupt nicht, kann sehr unglücklich sein, wenn es einen Nicht-Türker ausspricht. Du hast ein Buch herausgebracht, ziemlich weit hergeholt. In diesem Buch geht es um Kurzgeschichten und jetzt musst du aber unsere Zuschauerinnen und Zuschauer mal ein bisschen aufklären, um was für eine Art Kurzgeschichte oder wie viele Kurzgeschichten, viele Kurzgeschichten sind es ja, um welche, um was für eine Kurzgeschichte geht es denn hier so? Ich habe da verschiedene Themen aufgegriffen. Viele Geschichten spielen einfach aus meinen Erlebnissen, aus Gehörten irgendwie, die erzählen, deutsche Mutter, türkischer Vater, voll türkischer Name, Hamburger, wo gehöre ich hin, was ist es? Und aus diesem ganzen Mix habe ich ein paar Geschichten zusammengeschrieben. Dann sind da noch eine Menge Geschichten dabei, die gar nichts mit dem Thema zu tun haben, die ich mir einfach irgendwie ausgedacht habe. Warum eigentlich der Titel? Ziemlich weit hergeholt. Ich dachte, als ich das erste Mal von dem Buch gehört habe, dachte ich so, ziemlich weit hergeholt. Okay, keine Ahnung, hat er die Geschichten nur in der Türkei geschrieben? Daran dachte ich irgendwie. Und dann das türkische Bild drauf auf dem Cover, ne? Lagen wir auch schon mal richtig. Wo wurde das Cover, wo wurde das Bild gemacht? In Ayvalık. In Ayvalık. Da, genau. Also an der türkischen Ägäseite, Sonnenuntergang sieht man ganz toll. Sehr schön dort und da habe ich die Aufnahme gemacht selber und so ist es dann aufs Cover gekommen. Ziemlich weit hergeholt deswegen, weil in dem Buch natürlich auch Geschichten sind, die von Vorurteilen erzählen und Vorurteile sind ja meist ziemlich weit hergeholt, weil das so nebulöse Geschichten sind. Also die entstehen irgendwo hier oben, sicherlich aber auch deutsch-türkisch. Die Türken kommen von irgendwo anders her, deswegen könnte man denken, man hat alle hier hergeholt, die Familie und die Oma und wen auch immer. Und so fand ich das einen guten Titel. Die neue Generation der türkei-stämmigen Menschen, der dritten, vierten Generation schon heute, die sagen, wir sind Deutsch-Türken. Du bist ja ein wirklicher Deutsch-Türke. Ja, halb, halb, 50, 50. Ja, ja, genau. Gab es so Phasen in deinem Leben, wo du dich mehr türkisch und mal mehr deutsch gefühlt hast? Ja, oder nein. Also zumindest hatte ich es ja immer vor Augen quasi. Mein Vater, der quasi viel dunkelhäutiger war als ich und da musste ich auch schon überlegen, wieso ist das so? Als kleines Kind schon. Und meine Mutter ja Deutsch, wir haben zu Hause immer Deutsch gesprochen, weil mein Vater viel gearbeitet und so und dann war das quasi unsere Verkehrssprache. Aber vor allen Dingen... Finde ich aber auch nicht schlecht. Fehlt mir noch, dass du sagst Amtssprache zu Hause. Naja, ein bisschen ist es doch schon so. Aber vor allen Dingen bin ich deswegen immer da drauf gekommen, weil es immer Leute gab, die mir erzählen wollten, ey, du bist kein Deutscher oder du bist kein Türke. Oder vergiss nicht, dass du Türke bist oder nee, du bist Deutscher, weil du bist ja hierher. Da dachte ich, nee, was soll das alles? Also musste ich für mich selber herausfinden, was ich bin und wer ich bin. Und das hat mich vielleicht eigentlich so ein bisschen bestärkt. Und das Ergebnis lautet? Hamburger. Ich finde, das ist immer so eine Notlösung. Ja, so ein bisschen. Immer wenn man nicht weiß, wo man hingeht. Hamburger. Nein, nein, gut. Also pass auf, ich habe zwei Nationalitäten. Ich habe einen türkischen Vater und eine deutsche Mutter und so bin ich beides aus beiden Ländern. Und das passt für mich ganz gut und das bin ich einfach. Oder die Frage anders gestellt. Was ist an dir Deutsch und was ist Türkisch? Könntest du das definieren? Nee, schwierig. Das lasse ich lieber andere machen. Ich weiß es nicht genau. Also, natürlich bin ich in Deutschland geboren und hier aufgewachsen. Meine Sprache ist Deutsch. Ich verstehe nur so ein bisschen Türkisch, so. Kann so ein paar Worte aus, so ein paar Brocken. Ähm, nee, würde ich jetzt, kann ich nicht sagen, kann ich nicht genau sagen. Okay, deine Größe ist es auf jeden Fall nicht. Wie groß bist du? Über 1,90m. Siehst du? Also in der Hinsicht bist du auf jeden Fall kein Türke. Ist so. Da gibt es auch eine Geschichte dazu in dem Buch. Okay. Ich habe dieses Thema einmal aufgefasst. Cenk, ähm, du hast jetzt das Buch ja auch mitgebracht. Das heißt, du kommst nicht drum herum, uns mal ein paar kleine Geschichten vorzulesen. Und heute auch im Laufe der Sendung werden wir nämlich einiges hören. Nebenbei, mal erwähnt, für diejenigen, die sich für diese Kurzgeschieden interessieren, ja, und nicht satt lesen können, einfach sich das Buch holen und einfach mal reinlesen. Also, ab oder seit wann eigentlich im Handel? Ähm, seit letzter Woche. Ganz frisch. Ganz frisch, ja. Also, seid auf jeden Fall, oder seid einer der Ersten, hoffe ich jedenfalls. So, wollen wir? Sehr gerne. Beto, erstmal vielen Dank für die Einladung in deine Sendung. Achso. Gern geschehen, gern geschehen. Gut. Dann lese ich gleich mal die erste Geschichte vor, die heißt Hammelkopf. Hammelkopf. Geh mal zum Schlachter und hol einen Hammelkopf. Die Stimme meines Vaters spielt ein ungewöhnlich langes Echo in mir nach. Ich soll zum Schlachter gehen und einen Kopf verlangen. Einen Kopf. Mein Vater will den essen. Darin besteht kein Zweifel. Das ist in der Türkei nicht unüblich. Ich frage auch kein zweites Mal nach. Ist ja auch ein besonderer Wunsch und die Verhältnisse sind klar. Er sagt und ich gehe. Also gehe ich. Und zwar an den Bahngleisen und den Schrebergärten vorbei zur Ladenpassage zu Schlachter Mainz. Da geht es auch zum Schwimmbad, zum Lottoladen und zur Trinkhalle. Da gehen wir immerhin um Schnobkram zu kaufen. So Lakritze und Weingummi, Schokolade und Eis und alles eben, was gut ist. Aber mit einem Kopf in der Tüte an der Hand bin ich da noch nie lang gelaufen. Da stehe ich nun in der Ladenpassage vor der Schlachterei und denke an dicken Markus, den Sohn vom Schlachter, der aussieht wie ein Sohn vom Schlachter. Der geht mit meinem jüngeren Bruder in eine Klasse. Dann stehe ich im Laden vor der Fleischertheke und höre mich sagen, ich hätte gern einen Hammelkopf. Ist natürlich übertrieben, aber Schlachter Mainz beugt sich vor und schaut auf mich herab. Nee, Jong, einen Hammelkopf muss ich erst bestellen, den kannst du morgen abholen. Hm, komisch. Den gleichen Weg ohne Kopf zurück nach Hause. Zu schnurpen kann ich mir auch nichts holen. Erstens, weil ich kein Wechselgeld habe und zweitens, weil mir nicht so danach ist. Mein Vater kommt abends und hungrig von der Arbeit. Dann holst du den morgen gleich nach der Schule und bring die Rechnung mit. Am nächsten Tag bekomme ich den Kopf. Ich stehe wieder vor der Theke und sehe die dicke Frau Mainz nach hinten verschwinden. Das Ding ist schon verpackt. Ich bezahle und bekomme die Plastiktüte in die Hand. Ist nicht schwer, aber doch anstrengend. Meinen Arm im rechten Winkel vor mir gestreckt laufe ich nach Hause. Ich hoffe niemanden zu treffen. Was sollte ich da sagen? Och, da ist ein Kopf drin. Hab ich grad gekauft. Ich stelle mir vor, wie die Blicke an mir hoch und runter und über die Tüte wandern. Die ganze Vorstellung wird von Stimmen begleitet. Ih, der läuft mit einem Kopf rum. Äh. Endlich bin ich zu Hause. Ich lege die Tüte auf den Küchentisch, schließe die Tür und verschwinde in mein Zimmer. Wie das Ding wohl aussieht? Ich kenn ja so Sachen aus dem Fernseher und so. Aber hier? In der eigenen Küche? Naja. Ich werd es ja sehen. Heute Abend. Hammelkopf-Zubereitung. Dann ist es soweit und gar nicht so schlimm. Da liegt ein knochiger, roter Schädel ohne Augen und grinst. Also, der hat ja noch sein Gebiss und das sieht so aus, als wenn ein noch lebendiges Tier sein Gebiss vorbei an den Lippen zu einem Grinsen schieben würde. Nur hat der Hammelkopf ja keine Haut mehr und ein Dauergrinsen. Etwas geölt und gewürzt verschwindet er dann im Ofen. Mein Vater, meine Brüder und ich, meine Mutter findet das nicht so interessant, sitzen in der Küche vor dem Ofen. Vielleicht etwa so stolz wie im Film, wenn Papa-Cowboy, Sohn-Cowboy in die Jagd einführt und die Beute endlich über dem Feuer aufgespießt und begutachtet wird. Nur wissen wir Kinder, dass wir davon nichts essen werden. Natürlich fragt unser Vater, aber nachdem er unsere schüchterne Ablehnung mitbekommt, sagt er, aber Jungs, das schmeckt gut und ist gesund. Jaja, klar, denken wir. Aber mein Vater lehnt sich zurück und fängt an zu erzählen. Das haben schlaue Leute gegessen damals. Da gibt es auch eine Geschichte dazu. Damals im Osmanischen Reich gab es die Todesstrafe und die wurde verschieden ausgeführt. Eine war, dem Verurteilten ein karges Essen nach seinem Wunsch in die Zelle zu geben. Und das musste er dann so lange essen, das heißt Tag für Tag, bis er an dem ewig gleichen Fraß krepiert ist. Das ging manchmal ganz schnell. Aber eines Tages wurde ein Mann verurteilt, ein schlauer Mann, und der erforderte einen Hammelkopf. Und was keiner wusste war, dass in so einem Hammelkopf verschiedene Spezialitäten, zum Beispiel die Zunge, zu essen waren. So konnte er jeden Tag etwas anderes vom Kopf essen. Am Hof hatte man sich schon gewundert, warum dieser Verurteilte noch nicht gestorben war. Der Sultan ließ also herausfinden, was es damit auf sich hatte. Nachdem das Geheimnis gelüftet war, beschloss der Sultan, einen so schlauen Mann zu begnadigen und diese Art Todesstrafe abzuschaffen. Meinem Vater schwillt stolz die Brust an. Essen werden wir trotzdem nichts. Und verurteilt sind wir ja auch nicht. was in der Nähe von Neuemann geschlossen. Die Gülteste war's. Und dann kann er diesen Anstoß nicht mehr, Vielen Dank.